Sehr schön, sehr schön. Der Song ist es natürlich nicht auf dem Morgen, aber der ganze Volk ist auf. Aber vielleicht kommt es mit anderen Songs, die da irgendwann noch raus. Gut, dann machen wir jetzt den offiziellen letzten Song. Ähm... Ja. Was wurde? Ja. Ja, geil, geil. Möchtest du? Möchtest du? Wir haben einen ganz besonderen Gast da. Eine Legende unter dem Bassisten der Saufkuchszene. Ähm... Jetzt wird gerade unser Bassist Jogi Löwebräu abgedehnt durch die Legende Horstlicher. Horstlicher, der den Bass aufheben musste, weil er auf einmal einen Job hatte. Tragisch. Arbeit ist das Joch der tränkenden Jassist. Halt auf Englund nicht... Ja, Arbeit ist auch nicht... Oh, ist das schön. Vier Seiten können wir noch umgehen. Der nächste Song ist eine Ballade. Horstlicher, wunderschön. Der nächste Song ist eine Ballade für den... Sorry, Mathis, aber für den eigentlich coolsten Wirt dieser Stadt. Es ist eine Liede, sagt Jero. Oh... 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 Joppa! Was magst du mir, ist doch ein Spiel? So was kannst du doch nicht sagen? Nein, das kann ich jetzt mal. Ich dachte, du kannst es nicht verstehen. Hey, du sollst doch schön. Nein, ich dachte, du sollst nicht verstehen. Hier würde ich alles nicht verstehen. Doch so, scheinst du, das bringt uns weg. Alles klar, zeigst du mir die Tür. Oh, du bist ein Ketter. Wer hat mein Kanzer, schreckt euch Leute aus. Ich habe nur, ich kann auch nicht nach Hause. Ich kann auch nicht nach Hause. Wenn da war, dass du es aufgeräst. Wo ich schuze und lebe, wo. Alle Kanzer, schau. Und da bin ich, ich kann auch nicht hören. Nein, 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 ich kann es nicht hören. Wenn du es aufgeräumt. Ich kann auch nicht hören. Nein, nein, nein. Die Tür ist nicht hören. Nein, nein, nein. Das ist alles. Das ist alles. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt.